die bomben sichern hallo herzlich kommen wir zurück liebe freunde zurück zu rainbow six was ist los alter macht ihr einfach zu ja wir müssen zu machen ja aber ich muss doch zur anderen bombe kommen du hast da macht wieder auf jetzt müssen wir hier schnell machen eine wiene weg lasst euch hier zu machen hier kann ich nichts zu machen scheiße hilft nichts ich dachte wir können es ein bisschen weiter vorne machen macht doch einmal mit profis noch manchmal ich kann noch eine ja das sieht doch ganz gut aus hier wir müssen einfach gucken dass wir die wege zwischen den bomben offen halten können besten bei b wie ist es bei euch ihr habt ein serverraum da kann das sein ja toll jetzt bin ich mit den anderen beiden idioten bei bombe b eingesperrt das sind die spezialwände ja ich komme nicht mehr zu euch rein scheiße ist das doch alter spielst du noch bei mir irgendwie da ist offen leute da ist offen aber ich kann gar nichts mehr machen ja ich bin ausgesperrt sozusagen auch machen ja komm bei dich gewaltig bei dich bei dich bei dich was so ok das heißt willkommen an den also an b jetzt gar nicht mehr dran oder was da b sind drei solcher zu machen wolle eine kamera haben sie ausgemacht nee lass mal wir haben da zwei ubi traps wir können die kommen durch treppenhaus weil durch treppenhaus das sind spottet ja unser rote punkt naja ok die kommen direkt bei b runter ja ich bin hinter dir kommen wir hier nach oben da können sie durchkommen hier können sie auch einfach von oben reinkommen ich dann bleibt bleibt du mal bei der bombe und ich gucke hier in den flur rein immer schön auf knien gehen dann können sie dich nicht hören falls du so ein fahrzeug siehst dann immer sofort ja klar ihre schritte ich eher ich auch die kameras wo man sie sieht also hier kommt von süden dann zerstörte ja die kommen von süden hast du drohnerst du hast du jetzt wie hat die riem ford kommen sie da kommt durch achtung ich sehe ein alter guck nach links das war nicht schlafen achtung haste nein jetzt ist da und da kommt noch einer ja ich bin tot die kommt zu b direkt von dir aus war sie geradeaus durch und dann rechts war noch gerade eine alte jahre die kommen dazu dritt durch die kommen zu dritt durch die tiefgarage durch auch von links ich bin da und das gibt es doch gar nicht wie können die mich denn so treffen und ich nicht ja 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 ich habe es gesehen genau da vorne kommen sie erst eine granate nein ich habe nichts mehr scheiße sie haben mich erwischt ich bin da die andere beinen naja ich habe ein bisschen angst das jetzt ja ja naja 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 okay ich glaube ich nehme hier in der map doch wieder das schild wir brauchen wir glaube ich echt ein schild das wäre jetzt hier echt praktisch gewesen schönes schild die scheiße war ich war eingesperrt mit den anderen beiden idioten ja wir haben uns ja alle auch abgekapselt voneinander das war ein bisschen echt unglücklich jetzt muss schon wieder in den rekrut nehmen ich hasse alles ja komm dann nehme ich auch ein schild mit dann eye touch du hackst dich einfach hinter uns am besten auch granate und marschbittergranate ja ich habe ich habe das ding zum aufbauen ich habe eine sprengladung ich würde sagen muss natürlich auch ein bisschen ein auge nach hinten dann haben wenn wir da hochgehen irgendwie nicht dass wir von überfallen werden alles klar als erst mal bei der fände ich gehe seiteneingang wenn ich einen finde ja ab was hat sogar gefunden ich komme mit ich bin unten sehen den ersten server raum sind sie nicht unten ausschließen ja da sehe ich was da sehe ich was davon aber jetzt jetzt kommt schon jetzt quasi im östlichen flügel auf dem erdgeschoss also mal hinter zu kommen ja da ist eine booby trap das nicht nur eine booby trap da ist eine störer und störer ich versuche gerade von außen heranzukommen ja also im osten warte kurz ich versuche weiter noch mal ranzukommen also quasi von uns aus gesehen jetzt gerade der teil hier also ich komm ich lauf mal hinter dir her wir sind quasi in dem teil hier ok im erdgeschoss im erdgeschoss also ich habe markiert ich habe markiert ich habe markiert ja die sind da alle ne ja ja im achtung booby traps was denn du markiert ich seh nix hier ist reinforced da kommen wir nicht durch ok komm mal zu euch wo seid ihr denn alter ihr seid ihr rennt immer sofort vor haupt eingang wo sind eigentlich die anderen beiden hannis die sind schon los kommt ihr kommen wir überhaupt von der seite rein wir sind schon drin wo seid ihr kommt doch her dreht doch um achso ja also östlicher flügel wir müssen jetzt los gehen wir müssen wir sind im osten östlicher flügel wir sind auf jeden fall im erdgeschoss hier geradeaus da ist eine booby trap die habe ich schon gesehen und da ist auch ein störer ich wurde entdeckt ich wurde entdeckt sechs kamera der reibeisen ist da vorne hier ist reinforced da vorne sehe ich sie doch schon seht ihr das da kommt schon der erste schuss ja ich habe die kamera ausgeknipst die sind hier wartet mal ja da ist direkt eine booby trap auch dahinter na wartet mal wartet mal kann ich cover mich mal pass auf hinter der wand da ich bin ich bin ich bin beschossen weg da 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 von hinten jungs von hinten ja ich sehe es ja toll nein scheiße alter was haben sie gut gemacht muss ja das war bockstark feuer von der seite ja ich habe den eigentlich erwischt das war auch richtig rotze das hat ja auch nicht schlecht gemacht von vorne gelockt und dann und dann von der seite und dann von zwei seiten zugemacht keine chance da keine chance mehr gehabt und dann richtet er den anderen verletzten hin nein das war seiner das war seiner ich dachte schon jetzt richtet er den hin leute ich gehe mal auf den puls und wisst ihr was ich jetzt mache ich jetzt mache ich setze mich ab ich setze mich jetzt ab ich mache das ähnlich wie die ich gehe irgendwo ganz anders hin und versucht haben von hinten aufzuräumen aber ich muss leise vorsichtig sein also ich mache keine boobytraps ne ok also ja vielleicht zwei weiter schützen da störer wird geplantet macht die wand zu ich gehe raus ich habe die firma an die wand also nicht ab machen da wo du da ist der c4 ich bin auf dem dach oben ja ich bin unten ich habe eine drohne erwischt vielleicht habe ich sie jetzt in die falsche richtung gelockt wäre ganz witzig alles klar ich gehe über die kameras ich versuche sie ein bisschen in die falsche richtig fertig falsche fährte zu locken indem ich hier oben mal noch was verbarrikadieren also kommt durch die wand wir kommen auf eure rückseite es kommt keiner übers treppenhaus kommt von außen rein ja die kommen von außen habt ihr sie schon nächste gar nichts hat sie kommen über b der hatte kommen auch über wir kommen hier über die das ist die südwand ich habe ein gespottet oder bleibt mal da siehst du den spot den ich gesetzt habe den roten ja da kommen das war jeden blick ich bin jetzt raus aus der kamera guck mal nach irgendwas ist explodiert direkt bei mir kommt einer rein warum bin ich jetzt da und alter alter habe ich den nicht gekillt kann doch nicht wahr sein wo habt ihr denn beim server im hauptraum also die kommen übers mittel da wurde jetzt bis bei b pass auf rolle da sind sie drin dabei gesehen aber da war zu schnell weg als dass ich hätte spotten können wir kommen über b seite über die südseite ich habe gerade keinen faden ein kompas hatte zwei im blick alter und ich schaff es einfach kein zu erwischen weißt du also das muss man auch was man schaffen wenn gleich wieder da scheiße legations nein der gehört nicht zu uns da habe ich aber festgestellt scheiße ja toll mit dem schild kasse granaten platziert doch immer die gleiche schweiz ja das war's ja guck mal aus der richtung wäre ich gekommen und schon wieder alle tot ja ich würde von hinten unglücklich also ich wurde irgendwie kurz komisch getroffen obwohl du es eigentlich geil gemacht hast du dir schnell drüber geschmissen und dann gleich gezündet ja aber die reichweite hat nicht gereicht ja natürlich nicht aber trotzdem und die haben einfach nur reingejagt weil sie in die wolke reinten naja komm guck hier das ist doch scheiße vergessen warum sterbe ich mit dem schild eigentlich an dauern und die können aushalten was wir wollen ja weil ich ja weil du komische teammates hast um dass ich doch einfach erschießen aber echt der tut auch nicht so wie ja hier in dem treppenhaus war ich auch aber quasi da wo er jetzt ist ja ich war jetzt ich war links war geradeaus und dann auf der linken seite absolute niederlage das war mal richtig schöner ist würde ich sagen muss auch geben eines ist immerhin naja in diesem sinne bedanken wir uns trotzdem meinen zuschauen hoffe es hat spaß gemacht und bis zur nächsten folge rainbow six siege macht's gut bis dahin made the fun be with you